Im Stall herrscht Mr. Alarm. Korianderflavor bei Anni. Hallöchen meine Süßen und hier ist sie wieder, eure Anni. Ja und wer das letzte YouTube-Video gesehen hat, wenn nicht, dann verlinke ich es euch jetzt hier nochmal in die Infobox. Der hat ja mitbekommen, dass wir einen neuen Sattel für die Landlust ausgesucht haben. Der Sattlermeister von der Sattlerei Kandel in Sesen war bei uns und ich habe einen wunderschönen braunen Sattel für die Lendi zum Testen bekommen. Aber da ja nicht nur ich die Landlust reite, sondern auch sehr viel der Alexander, der sie mir sehr häufig abnimmt, muss der natürlich auch mit dem Sattel klarkommen. Und ich habe mir heute mal wieder was Prankiges für den Alex überlegt. Der liebe Alex, der wird den schönen braunen Sattel heute probereiten, aber den Look, den die Lendi dazu tragen wird, den bestimme auf jeden Fall ich, ihr Süßen. Also bleibt dran und wenn ihr was Prankiges sehen wollt, ein cooler Look für Alex, dann geht's jetzt los für euch. Viel Spaß beim Zuschauen und ganz wichtig, immer die Glocke drücken und die Glocke aktivieren, damit ihr auch bei neuen Videos von uns benachrichtigt werdet. Ja, meine Süßen und ich bin jetzt hier am Stall und habe dem Alexander einen coolen Look vorbereitet. Der Alexander weiß ja, dass er heute den neuen Sattel probereiten soll, aber er weiß noch gar nicht, dass er einen Look von mir ausgesucht bekommt, in dem er reiten soll. Und jetzt gehen wir einmal rein in den Stall zu Alexander und Landlust und dann kriegt der Alex seinen neuen Look präsentiert. Hi Alex! Hallo Anni! Na, wie geht's dir? Ganz gut soweit. Ihr seht ja beide richtig glücklich aus in der neuen Box, ne? Lendi hat sich schon ganz gut eingelebt. Ja. Alex, du weißt ja, dass der Sattler neulich da war. Ja. Und dass der einen neuen Sattel angepasst hat an die Lendi und dass du den heute auch noch probereiten sollst. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber Alex, ein Haken hat die ganze Sache. Kannst du dir schon denken, was für ein Haken? Der Sattel ist hässlich. Na, also wenn du den hässlich findest, dann reitest du gar nicht mehr, sondern gehst zu Fuß. Nein, ich habe mir so gedacht, weil die Follower sich das ja immer wünschen, du kriegst heute einen Look, mit dem du den Sattel probereiten musst. Wer sucht den aus? Ich? Ich suche den natürlich aus und ich zeige dir den Look jetzt einmal. Viel Spaß, Alex! Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Das ist mein voller Ernst. Du reitest heute in rosa und blau und grau. Ich freue mich. Aber ich mache dir die Lendi dafür auch fertig, okay? Ja, immerhin. Ja. Ich freue mich so. So, Anni hat jetzt angefangen. Das kann heiter werden. Mal gucken, was die sich da gleich ausgedacht hat. Das wird so toll ausschauen. Also ihr Mädels werdet es lieben. Alexander, du weiß ich nicht so genau. Soll ich mal Glitzeralarm so ganz vorsichtig aussagen? Ja, apropos Glitzeralarm. Zu Glitzeralarm gibt es auch noch ein paar Updates, aber das kommt später in einem anderen Video. So, Alex, den Sattel hast du ja noch nicht gesehen, ne? Ne, den kenne ich noch nicht. Jetzt zeige ich ihn dir mal. Von Prestige, ja? Das ist ein Emilio von Euroriding, der wurde aber von Prestige hergestellt. Ah ja, in Italien. Genau. Muss ich jetzt Italienisch lernen? Guck dir den mal an. In Braun. Wie findest du den, Alex? Wie schreckst du denn mit ganz so viel? Komm, jetzt sag mal, wie findest du ihn? Sieht nicht schlecht aus. Ganz gut, ne? Ich muss jetzt nur mal prober geritten sein, damit ich weiß, wie... Aber das kommt ja gleich, ne? Ja, das machen wir gleich, genau. Und Alex wird zur Dressur Tussi. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist mein voller Ernst. Ich meine, die graue Bandage ist okay, aber pinke Unterlage? Das sieht super aus, vor allen Dingen mit den Blumen dazu. Einfach nein? Einfach, ja. Sieht fast japanisch aus. Fast japanisch? Ja, diese Blumenchenmuster sind doch mal japanisch, so mit diesen Kirschblüten und so. Ja, japanisch. Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Mit dem italienischen Sattel. Mhm. Multikulturell, ja. Super. Das geht jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Oh ja, ich freue mich so. Schlimmer geht's nicht. Oh, ist das ein Traum. Ja gut, passt Paddlich sehr schön zu dir. Ja, aber du weidest ja. Ja gut. Das arme Pferd, guck dir das arme Pferd an. Sie finden das auch schön, richtig schön. So sieht er voll aus. So, so häppig, so häppig. Guck mal Alex, und dazu das blaue Mützchen und die weißen Glöckchen. Ja, das blau ist schön. Das weiß wird nicht lange weiß bleiben, aber meinetwegen probier dein Glück. Ja. Wenn du zu schwach bist, kannst du sie nicht dran machen. Und jetzt dieser wunderschöne Sattel auf diese wunderschön hässliche Satteldecke. Sieht doch super aus. Was hast du, Alex? Tja, vielleicht kein Sinsel lila. Oder, nee, was klingt jetzt das, ne? Und Alexander, wie gefällt dir dein Look? Tja, ich weiß nicht. Abgesehen davon, dass er pink ist und weiß. Und die Trense? Ich kenne mich ja, ne? Die Trense ist schön. Die findest du schön? Ja. Ach, wenigstens was. Und den Sattel denn auch? Der Sattel an sich auch. Ja. Nur die Satteldecke ist halt. Okay, Alex, dann zieh dir mal deine geilen Reitstiefel an und dann geht's los. Hey, Alex, wer kann denn? Der kann nun wohl. Ja, meine Lieben, und jetzt ist der Alex in dem Hardcore-Look hier in der Reithalle und wird den Sattel probereiten. Ich bin einfach total begeistert von der Reithalle. Guckt euch mal die Tribüne an. Bei unserem Einzugs-FMA habe ich euch die gar nicht richtig gezeigt. Die sieht echt mega cool aus. Ja, und der Alex wird die Lenny dann gleich erstmal warm reiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Alex, wie gefällt dir der neue Sattel? Der Sattel ist eigentlich gar nicht schlecht. Mir gefällt er gut. Dir gefällt er gut? Die Steigbügel sind gewöhnungsbedürftig. Ist nicht so dein Traum, ne? Und wie war es so, in Rosa zu reiten? Ja, da ich den Rosa des Rosa ja nicht gesehen habe, ging's. Ging's. Ohne, ich weiß nicht, bin im Spiegel das schlimmer gewesen. Also, darf ich den Sattel haben? Das ist ja Wahnsinn, dass meine Reitbeteiligung mir erlaubt, diesen Sattel zu haben. Ja, auf... Die Reitbeteiligung fährt zumindest 50% der Zeit. Das stimmt. Wenn du eine Reitbeteiligung abspringen, musst du... Oh, 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 oh. Ja, der Alex droht in letzter Zeit immer mit, er macht das nicht mehr. Aber er weiß genau, dass er mich und die Landlust nicht alleine lassen kann. Besonders landlos nicht. Nee. Ähm... Das ist nicht deine Sohn. Gut, meine Süßen. Also, das war der Sattel-Check mit Reitbeteiligung Alexander im rosa Outfit. Wenn ihr wieder Video-Wünsche habt, Story-Wünsche, dann schreibt es jetzt in die Kommis. Wir sind für alle Schandtaten bereit, also für fast alle. Und ja, folgt uns auf jeden Fall auch auf TikTok und auf Instagram, at korianderflavor. Und die Lendi sieht mit dem Sattel auf jeden Fall auch recht zufrieden aus. Und also sind wir ganz gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch mit ihr entwickeln wird. Und ja, wir werden euch bald wieder berichten. Die nächsten Male geht es um ein anderes Thema. Alexander und ich sind wieder in geheimer Mission unterwegs. Also bleibt dran.